Vorurteile gegen Wessis, getestet an Herrn Yun, 8 von 9. Passt dieser Oberbürgermeister kulturell zu uns, erfüllt er das Charakterbild eines schlechten Wessis. Vorurteil, Wessis denken nur ans Geld. Test an Herrn Yun, die Stadtfinanzen sind Herrn Yun egal. Er verwehrte sich zwar gegen grüne Wahlziele, aber war nie um eine gute Stadtkasse bemüht. Lieber ließ er seinen Theoretiker-Kumpels Geld zukommen, worunter womöglich Ossis waren. Sein eigenes Portemonnaie wird ihm wichtig sein, aber für andere hat er nichts übrig. Herr Yun verfolgte andere Ziele, als sich um Leipzig zu kümmern. Deshalb lege ich in diesem Punkt kritikfähig neutral aus.